Der Goldstadt-Song, er kommt! Das ist ein tolles Projekt zum 250-Jährigen Jubiläum der Goldstadt Pforzheim, dem Jubiläum der Schmuck- und Uhrenindustrie. Und es ist eine tolle Chance, um Wirtschaft und Kultur wirklich hervorragend zu verbinden. Werden Sie Teil dieses Projektes? Ich jedenfalls unterstütze dieses Projekt von ganzem Herzen. Also man mag ja so ein Projekt, den Goldstadt-Song, als Kleinigkeit, als Petitesse begreifen. Dennoch halte ich es eine gute Begleiterscheinung für dieses Jubiläumsjahr, das so ganz hervorragend angelaufen ist, solch einen Song zu haben. Und wenn dieser Song als Begleiterscheinung im Jubiläumsjahr noch ein ganz guter wird, und da habe ich eigentlich keine Zweifel, weil da gute Leute am Werk sind, dann kann das eine richtige Ordnung werden, das kann das eine Sache werden, an denen die Pforzheimer wieder Freude haben werden. Und zwar nicht nur ein Jahr lang, sondern noch sehr viel länger. Also, machen! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017